Meine lieben Leute, habt ihr schon Turkey Crates gesammelt oder kommt ihr nicht weiter? Wenn ihr nicht weiterkommt, Leute, habe ich jetzt das ultimative Tutorial für euch. Ich zeige euch, wie ihr unter 18 Minuten eine Turkey Crate farmt und wenn ihr einen Double Coin Boost anhabt, 1600 Coins farmen könnt, Leute. Das ist verschwindend gering. Ihr braucht dafür auch nur 4 Units, nicht mal 5. Wir brauchen nicht mal die maximale Anzahl an Units, die wir mitnehmen können. Und es ist verdammt easy, Leute. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ihr lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne rein. Und wir gucken mal, wie ihr ganz schnell Turkey Crates bekommen könnt. Ihr Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Toiletower Defense, Leute. Und zwar, wie ihr extrem schnell Turkey Crates farmen könnt mit der neuen Map Turkey Town, Leute. Die wurde ja genervt. Das heißt, ihr könnt jetzt noch einfacher Crates farmen. Das erste Tutorial, was ich euch gezeigt habe, ist ein wenig obsolet. Es gibt eine andere Möglichkeit, Leute. Diese Möglichkeit kommt von Mesnik, Leute. Der wiederum hat es nachgemacht von einem seiner Discord-Member, Leute. Und ich verlinke euch den Kanal unten in der Videobeschreibung. Bringt coole Tutorials. Und wir schauen uns das jetzt an, ob wir es hinbekommen. Laut ihm benötigen wir sogar nur 4 Units, Leute. Das ist wirklich ein bisschen krass. Wir brauchen natürlich den Upgraded Titan Cameraman. Wir brauchen dann keinen Scientist. Sondern was wir brauchen, ist natürlich der gute alte Pumpkin Farmer. Wir brauchen einen Medic. Und, und das feiere ich sehr, wir brauchen den Scientist TV Man, liebe Leute. Ansonsten brauchen wir keine Units. Das heißt, ich nehme jetzt auch keine zusätzlichen mit, Leute. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, Leute. Den Kanal verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Macht mir das jetzt genauso nach, wie ich es hier mache. Und ihr werdet eine Turkey Crack kriegen, Leute. Mit Autos gibt natürlich an. Ist auch ganz klar. Und wir nutzen heute diese Kurve hier. Und, ja, schauen einfach, dass wir hier in der Kurve auf jeden Fall alles reinmachen. So, als erstes setzen wir aber unsere Pumpkin Farmer. Das heißt, wir skippen wieder Autoskip. Wir haben wieder keine Angst, wenn die Turkey Town ein bisschen Damage einzieht. Und, ähm, wir setzen als allererstes hier mal 4 Pumpkin Farmer, Leute. So, ich glaube, genau hier müssen wir dann noch einen hinsetzen. Und, ähm, da setzen wir dann noch einen hin. Ja, da können wir gar keinen hinsetzen, oder? Doch, hier können wir einen hinsetzen. Können wir hier in die Lane reinmachen. Irgendwie so. Genau, so, das merken wir uns direkt mal hier. So, genau, zack, brumm. Und dann nochmal einen. Und den machen wir direkt hier hin. So, und dann am Ende nochmal hier einen her. Ja, und dann schauen wir jetzt hier, dass wir den ersten Scientist hinstellen. Beziehungsweise wir brauchen, glaube ich, nur einen. Genau, und zwar den stellen wir genau hier hin, Leute. Sodass wir hier eine Barrikade haben. Und machen direkt ein Upgrade auf Level 2 bei dem Kollegen. Leute, ich bin so gespannt, ey. Wenn das wirklich klappt in 17 Minuten, dann wäre das sehr, sehr wild, Leute. Also, wirklich sehr, sehr wild. Das wäre mehr wie nur sehr, sehr wild. So, jetzt setzen wir einen weiteren Pumpkin Farmer dann hier hin, Leute. Genau hier unter den Baum. Ich weiß nicht, warum wir den nicht an die Lane setzen. Das wird einen Grund haben. Ich hinterfrag das nicht. Wir machen das jetzt einfach. Zack. Bam. Und dann graden wir ihn hier noch ab auf Level 3, beziehungsweise auf Level 4. Und wenn wir den auf Level 4 haben, Leute, dann müssen wir alle Pumpkin Farmer auf Level 2 upgraden. Und dann wieder das nächste Upgrade für den Scientist TV-Man machen. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr wild, was er hier eigentlich auch an Leben hat, Leute. Da kommt auch jetzt hier erstmal nichts durch. Und das ist schon ziemlich krass. Also, Level 5 to go. Dann alle Pumpkin Farmer auf Level 2. Dann ihn hier ausmaxen. Und dann ist eigentlich schon der UTC dran, Leute. Und wenn das alles so funktioniert, ist das eine sehr, sehr krasse Möglichkeit, um ganz, ganz schnell Turkey Crates zu farmen, Leute. Also, dann ist Kaufen wirklich, also, völliger Quatsch. Also, in 17 Minuten, da glaub ich, schafft das dann jeder. Das Einzige ist halt natürlich klar, man braucht natürlich den Upgraded Titan Cameraman. Das ist halt natürlich die andere Sache. So, wir stellen jetzt hier alle Pumpkin Farmer auf Level 2. Zack, zack. Und den letzten auch noch. Dann als nächstes dann den Scientist. Auf Level 6, Leute. Holy cheese, das kostet 3000. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen sparen, oder? Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen sparen. So, alright, wir haben die 3000 zusammen und wir machen ein Upgrade hier auf Level 6. Und jetzt, Leute, maxen wir zwei Pumpkin Farmer komplett hoch. So, einen nach dem anderen. So, das dauert natürlich ein kleines bisschen, ja, das ist auch klar. So, jawohl, zack. Und ich maxe jetzt einfach mal die hier aus, die beiden hier. Und die anderen dann kommen dann natürlich danach, Leute. So, aber wenn wir die beide auf max haben, dann können wir die Barriere hier nämlich auf Level 7 bringen, Leute. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Und dann als nächstes werden wieder die Pumpkin Farmer abgegradet. Also, ihr seht schon, das läuft hier nach einem relativ einfachen Prinzip. So, der erste ist abgegradet. Der nächste kommt dann auch noch. Und er zieht halt, das krasse ist, dadurch, dass er hier steht, er zieht halt hier am Eck auch schon extrem ab. Also, er zieht wirklich extrem ab. Gut, okay, jetzt schläft er. Aber das ist ja auch kein Problem. Weil nicht die Barriere schläft, sondern nur der Scientist, Leute. Also, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, das ist so. So, und im nächsten Schritt sparen wir jetzt auf das Upgrade. So, jetzt können wir erstmal richtig nice sparen, Leute. Wir haben jetzt 3600 bei Wave 15. Also, bei Wave 15 braucht ihr zwei ausgemaxte Pumpkin Farmer. Ihr braucht hier den Scientist TV-Man auf Level 6, Leute. Und wir brauchen die restlichen Pumpkin Farmer auf Level 2. Also, schaut euch das nochmal an. So muss das bei Wave 15 aussehen, Leute. So, jetzt haben wir noch 500 to go. Dann können wir den Scientist auf Level 7 upgraden. Und dann, danach, graden wir weitere zwei Pumpkin Farmer auf Max. Und dann, Leute, setzen wir den ersten Upgraded Titan Cameraman. Und dann geht's den Toiletten hier erstmal ganz gemächlich an den Kragen. Ich bin jetzt gerade mal hier gespannt, was jetzt hier passiert. Ganz ehrlich gesagt. So, bam. Okay. So, die Boss-Toilette, die wird wahrscheinlich instant gekillt, oder? Die wird wahrscheinlich instant gekillt. So, okay. Wir machen den nächsten hier auf Maximal. Er hat den einfach instant gekillt. Hat er einfach gemacht. Das ist so brutal. Also, an der Wave hatte ich das schon UTC mit dem Mech. Ich glaube, ja. Also, ich glaube, da hatten wir auf jeden Fall schon sowas. So, wir haben gleich beide auf Max. Und dann können wir hier den ersten UTC setzen, Leute. Jawohl. So, jetzt hier den ersten UTC hier hingesetzt. So, natürlich erstmal hier warten, bis das ganze Geld da ist. Dauert dann wieder ein bisschen. Aber guck mal, wie der reinrotzt, yo. Holy cheese. Wir brauchen auch nur eine Barriere. Also, ihr braucht nicht irgendwie zwei oder drei. Ja. Also, das auch nicht. So, und dann, wenn wir den hingestellt haben, stellen wir direkt hier einen Medic hin. Damit der nicht die ganze Zeit pennt, der Kollege. Und machen hier einen Upgrade, Leute. So. So muss das sein. So, und jetzt bringen wir den Upgraded Titan Cameraman auf Level 5. Und wenn wir ihn auf Level 5 haben, dann maxen wir hier den nächsten Pumpkin Farmer aus. Das Einzige, was wir dann auch noch machen, ist, und zwar, wir setzen noch einen zweiten Medic. Und zwar direkt daneben hin. So, damit hier auch nichts passiert, weil der nämlich sonst einpennt. Und das soll ja auf gar keinen Fall passieren, Leute. Ja, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und das ist nur mal am Anfang. Das tauschen wir am Ende dann wieder aus. Guck mal, wenn die Ufo-Toilette hier reinfährt, dann ist Game over. So, bam. Level 4. Und so geht es weiter. Das heißt, bei Wave 22, ihr braucht einen voll-upgradeten Scientist, ja. Hinten mit der Barriere. Ihr braucht vier Pumpkin Farmer auf max. Einen UTC auf Level 4. Und zwei Medics, nicht geupgradet. Die daneben stehen, Leute. So, und wir sparen weiter auf Level 5. So, und ein Upgrade fahren. So, jawohl. Okay, alright. So, wenn er jetzt Level 5 ist, machen wir hier die nächste Farm auf max. Dazu nehmen wir hier den letzten Farmer hier hinten, was ganz gut funktioniert, weil die gerade auch nicht so krass gestunt werden. So, bam, okay. Und jetzt maxen wir hier den Upgrade Titan Cameraman aus, Leute. So klappt es. So funktioniert es. So, ihr seht schon, wie die hier weggebröselt werden. Da kommt nichts durch. Ist ziemlich cool jetzt. Natürlich diese Kurve, diese neue eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, ja. Hier haben wir nämlich auch eine ultra krasse Range. Und das ist genau das, was wir jetzt hier nutzen, Leute, in dieser Vorgehensweise. Und das ist halt schon krass. Wir sind jetzt bei 8 Minuten. Das heißt, wir haben die Hälfte schon. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wild, dass wir schon die Hälfte haben eigentlich für die Crate. So, Upgrade. Okay, alrighty. So, und jetzt setzen wir selbstverständlich den Nächsten. Und den setzt ihr genauso, dass der direkt neben dem ist. Also so nah, wie es nur geht. Hinsetzen hier. Vielleicht so ein bisschen hier. Bam, zack. Jawohl. Oh! Guck mal hier. Der Glitch des Lebens. Holy Jeez. What? What the heck? Okay, so. Wir upgraden den. Zack. Dann verkaufen wir einen Medic-Cameraman. Den setzen wir hier hin. Und dann maxen wir den ebenso aus, Leute. Das dauert jetzt natürlich kurz, bis wir die 4000 zusammen haben. Aber sollte easy machbar sein. Bam, max. Und als nächstes konzentrieren wir uns wieder auf den UTC, Leute. Das sollte auch relativ easy jetzt möglich sein. Da kommt schon die erste Toxic Skull Toilette. We need 3000. Dankeschön. Alrighty. So, so muss das sein. Und dadurch, dass wir hier so eine Range haben, Leute, gehen die alle erstmal richtig drauf. Auch die Toxic Skull Toilette, wenn ihr reinfährt, die wird gleich richtig weggemacht. So, ich weiß jetzt nur nicht, ab welchem Zeitpunkt ich den kleinen Medic hier upgraden soll. Das ist mir noch nicht so ganz bewusst. Aber jetzt machen wir erstmal hier den auf max. Zack. Okay, den Medic nicht upgraden, Leute. Den Medic nicht upgraden. So. Hey, was ist da denn jetzt los? Hä? Was war das denn? Also den hier nicht upgraden. Lasst den einfach stehen. Der ist für den Kollegen hier. Den müssen wir später woanders hinstellen. So, jetzt müssen wir erstmal ihn hier auf Level 5 bekommen. Damit hier nichts passiert. Und keine Angst haben, denn wir haben hier hinten ja noch die Barrikade, Leute. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. So, wenn wir den hier ausgemaxt haben, stellen wir hier unten noch einen Medic hin, den wir ebenso ausmaxten. Damit wir auch die anderen UTCs in die jeweilige Range bekommen. Und wir sind bei Wave 33, Leute. 10 Minuten. Ihr seht schon, wohin der Hase läuft. So, jetzt warten wir hier wieder. Wir haben 7000, Leute. Bei Wave 35 haben wir den nächsten UTC auf Level 6. Dann geht's an den Medic. Und dann placen wir den dritten UTC, Leute. Ihr seht schon. Das geht eigentlich relativ easy. Und ich würde mal behaupten, sogar einfacher als die erste Variante. So, wir haben 13.000. Perfekt. So, wir verkaufen den Kollegen. Wir setzen den direkt dahinter hin. Hier hin. So, zack. Und wir machen hier auch wieder ein dickes Upgrade, Leute. So, damit unser erster nicht einschläft. Damit wir aber die Range auch noch nach hinten haben. So, zack. Seht ihr? So, und als nächstes kommt dann der nächste UTC. Der kommt dann hier hin. Direktes Upgrade auf Level 2. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh, Level 3. Jawohl. Das macht schon Bock hier. Das macht schon richtig Bock, wie die weggebröselt werden. So, Level 4. Und ihr seht schon. Schaut euch das an, wie die weggerotzt werden. Ja, also die Medics hier. Ich zeige euch mal kurz die Range. Ja, die sind jetzt hier in Range. Und er ist auch hier in Range. Das heißt, wir kriegen hier noch 1, 2, 3 UTCs hin. Und ich glaube, dann haben wir sowieso die maximale Anzahl an Units erreicht. Dann muss ich mal gucken, wie das hier ist mit Verkaufen etc. Ich schaue mir die Tutorials nämlich nicht immer komplett an. Ich skippe so ein bisschen durch. Und er will dann so ein bisschen selber das herausfinden. Und ja, das ist irgendwie so mein Ding. Keine Ahnung. So, nächstes Upgrade auf Level 5. Und ihr seht schon, jetzt kriegen wir hier richtig Geld rein. So, der ist jetzt auch schon auf dem nächsten Level. Und wir setzen hier direkt daneben hin. So nah wie möglich, Leute. So nah wie möglich. Denkt an die Range. Den nächsten. Zack. Bam. Alrighty. Und natürlich dann auch direkt das Upgrade fahren. So schnell wie möglich. Das sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Wir sind bei 13 Minuten, Wave 41. Ich denke mal, es wurde nicht zu viel versprochen. So, nächstes Upgrade. Guckt euch das an. Das ist wirklich unglaublich gut, ey. Wir brauchen keine Ultrateure. Nur das Einzige, was halt wirklich gut... Okay, man muss dazu sagen, Pumpkin Farmer, ja. Gut, den muss man halt auch gezogen haben, ne. Medic, den kann man ziehen. Der UTC ist natürlich auch zu ziehen. Aber man braucht natürlich Glück. Ich habe auch lang gebraucht. Der Scientist, den muss man kaufen, ja. Aber das ist eine Einheit, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, wir machen das nächste Upgrade. Also ich finde den zumindest ziemlich cool. Aber irgendwie trotzdem, die sehen halt trotzdem nicht viel Land. Also alleine der AOE, was der hier an Damage schiebt, das ist schon ganz wild. So. Zack. Und wir setzen den nächsten. Und zwar direkt da hin. Ach, ne, nicht den. So, hier hin. Zack. Bam. Oh, und das nächste Upgrade. Da kommt kein Mensch durch, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. So, die Range reicht genau bis hier hin. Der nächste kommt da hin. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch schaffe. Okay, wir sind bei 14 Minuten, Leute. Alrighty. So, nächstes Upgrade. Und man kann hier auf den Hügel gehen und alles beobachten. Das ist am allerbesten. So, nächstes Upgrade. Das ist einfach wild. So, ich halte jetzt mal die Wave an. Ich skippe jetzt mal nicht. Guckt euch das mal an, wie das Leben hier runter geht, Leute. Gut, aber durch das, dass ich nicht skippe. Na, ne, ich muss skippen. Ich muss skippen, weil ich will euch ja zeigen, wie es theoretisch machbar ist in kürzester Zeit. Und wenn ich nicht skippe, dann dauert das ja umso länger. Aber ich wüsste nicht, wie weit die kommen sollen. Die müssten hier noch die ganze Kurve rumgehen. Das schaffen die niemals. Also, man muss auch mal wirklich hier die Kirche im Dorf lassen. Ja, das kriegen die einfach nicht hin. Ist einfach so. Kannst du jetzt noch so viele Einheiten hier hinschmeißen. Die kommen hier einfach nicht vorbei. So, jetzt ist der nächste UTC auf Max. Und wir setzen den Kollegen hier hin. Ja, hier hin, hier. Zack, bam. Okay, und ich musste bis jetzt noch nichts verkaufen. Ja, also auch noch eine wichtige Bemerkung meinerseits. Ich musste noch nichts verkaufen. Außer halt jetzt zweimal diese Medics, aber das hatte ja einen anderen Grund. So, wir haben jetzt eigentlich alle UTCs in range. Alle, die ich jetzt setze, sind out of range. Das heißt, da hinten könnt ihr vielleicht nur einen hinsetzen, aber das schaffe ich eh nicht. Also, ich bin froh, wenn wir den letzten irgendwie ausgemacht bekommen. Okay. So, das war jetzt die Wave 50. Und jetzt verkaufe ich... Jetzt verkaufe ich einfach die... Die Pumpkin Farmer. Ja, das wird mir aber nicht möglich sein jetzt, oder? Warte mal, den hier. Ne, so 8000. So, komm schon. Ich will den. Warte, warte, warte. Warte, ich mache hier noch einen Upgrade. Zack. 8000. Bam. So. Jetzt würde ich die gerne verkaufen hier. Sell. 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 So. Sell. Und den noch. So. Und zack. Wir haben den nächsten. Okay. So. Und sell. Und jetzt könnte ich, weil ich lustig bin. Ähm. Ähm. Warte mal. Kann ich hier noch einen hinsetzen. Zack. Und den noch auf Level 2 machen, Leute. Na, seht ihr mal. So geht das nämlich. So ein Ding ist das. 17 Minuten 20, Leute. 17 Minuten 20. So. Ja, wahrscheinlich, weil ich einmal den Autoskip angehalten habe, dauert es ein bisschen länger. Aber was soll es, Leute. Das ist halt einfach geschafft. Guckt euch das an. Und Turkey Town hat im Vergleich zu vorher 190 HP noch. Also wir haben ja nur die ersten drei Waves so richtig durchgelassen, Leute. So. 17.39. Alle sind tot. Nur noch die Giant Turkey Crate ist da. Äh. Toilet meine ich. Die Crate, die kriegen wir gleich. So. Okay. Wir sind noch bei 17 Minuten, Leute. Und. 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 Ja. Okay. Nice. 17.52, Leute. 17.52. Turkey Town abgeschlossen. Holy fuckaroni, Leute. Hehe. Nice. Okay. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So. Was haben wir denn aktuell? Titan Cinema Man. Nee, den will ich nicht. Aber wir haben hier, ähm, die Turkey Crate. Die spare ich mir aber, Leute, ja. Also die spare ich mir. Ich werde den Modus jetzt noch ein paar Mal spielen, bis ich 10 zusammen habe. Und dann machen wir nochmal ein Video, wo ich, äh, die Kollegen auf jeden Fall dann alle ziehe, Leute. So funktioniert es aber, Leute. So könnt ihr ganz easy, wenn ihr natürlich die Units habt, könnt ihr so ganz, ganz easy Turkey Crates farmen, Leute. Viel, viel besser als das erste Tutorial. Danke und ein Kuss geht raus an Mesnik, weil er das gezeigt hat, meine lieben Leute. Lasst gerne einen Daumen da, Leute. Abonniert gerne rein. Kommentiert gerne. Unterstützt mich gerne kostenlos. Das würde mich riesig freuen, wenn euch das Video geholfen hat. Schreibt einen Kommentar und lasst, wie gesagt, ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.